Heute, 21 Uhr, Ö24 bei Fellner Live. Hölfert und ich werden wieder mal interviewt zur Frage, wie denn unser Zwischenstand steht zu unserem unglaublichen UF-Thema. Es wird jeden Tag abstrusen und seltsam. Bleibt dran bzw. nicht bleibt dran, sondern schaut es euch an auf Ö24 TV ab 21 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wo wir als 1., 2., 3. drankommen. Jedenfalls, wir sind dort.